Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Michael will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, das ist A la Erde. A la Erde ist ein Aufbau-Strategiespiel in Ostfriesland im Jahr 1800, stammt aus der Feder von Erfolgsautor Uwe Rosenberg, ist für 1 bis 2 Spieler ab 14 Jahren konzipiert. Die Spieldauer wird angegeben mit ungefähr 60 Minuten pro Spieler und erschienen ist das Ganze bei Feuerland. Dieses Spiel ist wirklich eine Besonderheit, eine Rarität, denn das Thema ist ja natürlich schon sehr speziell, also Ostfriesland um 1800, aber eine Aufbau-Strategie von Uwe Rosenberg, das klingt ja schon wieder sehr spannend. Also da hatte das Spiel mein Interesse schon geweckt. Es hatte auch den Ruf, ein recht komplexes Spiel zu sein und alleine die Tatsache, dass man es nur alleine oder zu zweit spielen kann, da waren wir dann schon komplett mit an Bord. Wir haben es uns geholt, wir haben es gespielt, wir haben es für euch getestet und was wir von diesem Spiel halten, das sage ich euch wie immer im Resümee, aber zuerst erkläre ich euch die Regeln und dazu wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Wir beginnen unsere Regelerklärung natürlich wie immer mit dem Aufbau des Spiels und normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, hey, zuerst legt ihr mal den Spielplan auf den Tisch, aber das reicht bei aller Erde natürlich nicht, denn wie ihr schon seht, ich habe euch hier mal die ganze Partie für zwei Personen aufgebaut, hier müssen schon Spielpläne ausgelegt werden, also Plural. Genauer gesagt ist es so, dass tatsächlich für ein reines Zwei-Spieler-Spiel hier wirklich viel, viel Spielmaterial auf dem Tisch aufgebaut werden muss. Das heißt, plant für eure erste Partie aller Erde direkt mal ein bisschen mehr Zeit ein. Ich werde euch jetzt mal erklären, was denn diese einzelnen Pläne sind. Wir fangen mal an mit diesem Plan, der sich hier in der Mitte befindet, der Plan mit dem braunen Untergrund. Das ist der Ablageplan für die verschiedenen Plättchen, die es im Verlauf dieses Spiels gibt. Eine wichtige Information hierzu gleich mal vorweg. Manche dieser Plättchen sind beidseitig bedruckt, also zum Beispiel die Felder, die kann ich jetzt euch hier mal von Nahem zeigen. Diese Felder, die sind auf der einen Seite so ein bisschen lila bedruckt, das ist ein Flaxfeld und auf der anderen Seite ist aber ein ganz normales Weizenfeld abgedruckt. Und nachdem es hier wirklich relativ viele Plättchen gibt, die beidseitig bedruckt sind, sind auf diesem Spielplan hier unterhalb der Ablagefläche für die einzelnen Plättchen auch immer Bildchen abgedruckt, wie diese Karte auf der Rückseite aussieht. Also zum Beispiel gibt es hier eine Stallung, auch dieses Kärtchen kann ich euch mal zeigen. Es gibt hier eine Stallung und diese Stallung ist gedacht für sechs gleiche Tiere. Auf der Rückseite ist ein Doppelstall und der Doppelstall ist eben für zweimal drei identische Tiere gedacht. Und damit man das eben weiß, nochmal, gibt es hier so ein kleines Bildchen und dieses Bildchen zeigt uns dann eben, auf der Rückseite von der Stallung ist der Doppelstall. Also, wir legen diese Ablagefläche für die Plättchen aus, suchen uns die passenden Plättchen, legen die auf die entsprechenden Markierungen aus und haben damit hier schon mal unser Tableau mit der ersten Anzahl an Plättchen gefüllt. Was ist das alles? Hier oben links haben wir die Felder, dann haben wir einen Torfkarn, einen Schubkarn, diverse verschiedene andere Karren, die man im Spiel kaufen kann. Es gibt hier einen Stall, eine Stallung, es gibt hier einen Wald, dann gibt es Leder, dann gibt es Leinen und es gibt Baumwolle. Und das sind eben diese ganzen Tokens, die hier ausgelegt werden. Daneben kann man dann auch noch die Plättchen auslegen, die eben für mehr als eine Einheit von der jeweiligen Ressource gedacht sind. So, als nächstes wird dann der große Spielplan ausgelegt. Das ist dieses riesige Ding, was wir hier vor uns liegen haben. Und das ist eigentlich der Plan, auf dem das zentrale Spiel von aller Erde stattfindet. Hier ist es so, man legt diesen Plan aus und auf der linken Seite dieses Plans werden erstmal Gebäude ausgelegt. Die Gebäude gibt es in verschiedenen Kategorien und damit ihr auch wisst, wo was hingelegt werden muss, zeige ich euch das hier mal, sind die Gebäude alle auf der Rückseite farbcodiert. Das heißt, es gibt hier grüne, gelbe, blaue, rote und so weiter Gebäude. Und die Plätze hier auf dem Plan sind natürlich entsprechend mit einer Farbe hinterlegt. Achtung, dabei gibt es bestimmte Plätze, auf die müssen bestimmte Gebäude gelegt werden. Also zum Beispiel hier diese rote Spalte. Da gibt es auch exakt nur drei rote Gebäude. Und dann muss ich halt gucken, dass eben die Rückseite von meinem Plättchen mit dem jeweiligen Platz zusammenpasst. Und dann lege ich diese Plättchen umgedreht hier auf den Plan. Bei manchen anderen Farben, zum Beispiel ganz oben bei den grünen Gebäuden, das sind die ersten vier, die hier oben ausliegen. Da gibt es eben mehrere. Und immer wenn ich mehr Gebäude als Auslageflächen habe, mische ich einfach meine Plättchen und lege dann beliebig vier dieser Gebäude hier auf diesen Plan. Oder eben hier oder hier oben gilt das Ganze auch nochmal. Bei den grünen Gebäuden, bei denen hier ganz oben gibt es noch eine kleine Besonderheit. Bei diesen Gebäuden gibt es im Spiel vier hellgrüne und noch ein paar dunkelgrüne. Und laut der Anleitung sollte man das Spiel eben, wenn man das das erste Mal spielt, mit den vier hellgrünen Gebäuden beginnen. Und das sind auch genau die vier Gebäude, die ich euch hier oben ausgelegt habe. Das nächste, was man dann auf den großen Spielplan auslegt, ist dieser Halbjahresmarker. Dieses Spiel wird nämlich immer in Halbjahren gespielt, sodass man eben hier diesen Anzeiger verwendet, um eben immer zu sehen, in welchem Halbjahr man gerade ist. Es gibt immer ein Sommer- und ein Winterhalbjahr. Und dieser Marker bewegt sich dann eben im Laufe des Spiels immer hier weiter nach unten, bis dann am Ende des neunten Halbjahres das Ende des Spiels auch erreicht ist. Also dafür dient eben dieser orangefarbige Marker. Das ist der Halbjahresmarker. Dann gibt es hier in der Mitte dieses Spielplans eine Menge von Werkzeugen. Das sind zehn insgesamt. Das sind die sogenannten Werkbänke oder Werkzeuge. Hier gibt es zum Beispiel Werkbänke. Es gibt Äxte, es gibt Öfen, es gibt Töpferscheiben und viele andere Werkzeuge. Und die kann man natürlich im Laufe des Spiels auch noch upgraden. Aber zu Beginn des Spiels nimmt man eben immer einen gelben und einen roten Marker, türmt die so aufeinander und stellt die auf das Feld, was am weitesten links ist, damit beide Spieler mit der gleichen Menge dieser Werkzeuge beginnen. Was man dann noch macht auf dem Hauptplan, ist, dass man hier diese Arbeitstokens platziert. Jeder von uns hat quasi vier Arbeiter, also vier rote und vier gelbe. Die sind auch oben mit so einem hübschen Motiv beklebt. Und diese Arbeiter werden ins jeweilige Halbjahr gestellt. Am Anfang beginnt man eben mit einem Sommerhalbjahr. Und deswegen stellt man diese vier Arbeiter-Tokens hier ab und jeweils aufeinander. Das bedeutet, derjenige, der der Startspieler ist, der darf seine Marker hier oben auflegen. Und derjenige, der der Mitspieler ist, eben nicht der Startspieler ist, der legt seine Marker hier unten drunter ab. Und dann hat man auch den großen Spielplan schon fertig vorbereitet. Als nächstes kommt der Heimatplan. Der Heimatplan, das ist der Plan, den man hier direkt vor sich auslegt. Das ist quasi das eigene Grundstück. Das ist das eigene Stück Land, was man eben hat in aller Erde. Also genauer gesagt die Erde, die namensgebende, auf der dann auch gespielt wird. Und auch dieser Plan wird vorbereitet. Der wird als erstes Mal ausgelegt. Und dann werden auch hier schon diverse Plättchen und diverse Marker ausgelegt. Also, ich fange mal mit diesen Markern hier an der Seite an. Das sind die verschiedenen Rohstoffe, die man im Spiel bekommen kann. Die liegen hier auf dieser Rohstoffleiste. Die geht von 0 bis 15 Einheiten. Das bedeutet auch, dass man von jedem dieser Rohstoffe maximal 15 Einheiten haben darf. Wenn man zum Beispiel irgendwann mal 15 Wolle hat und man verdient noch mehr Wolle, dann verfällt die, denn bei 15 Einheiten in der jeweiligen Ressource ist tatsächlich Schluss. Außer, es gibt eine Ressource, die ist hier doppelt vertreten. Das ist die blaue, das ist Nahrung. Da kann man eben mit beiden Markern gehen. Sprich, man kann mit jeder Ressource maximal 15 Einheiten haben. Aber von der Nahrung kann man eben insgesamt 30 Einheiten haben. Was sind das für einzelne Ressourcen? Wie gesagt, blau ist die Nahrung, gelb ist Getreide, braun sind Felle oder Tierhäute, grün, das ist Flachs, weiß ist die Wolle und dann sind wir wieder bei blau, das ist wieder die Nahrung. Und diese Tokens, die platziert man am Anfang genau so. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier ist so halb schattiert im Hintergrund auch dargestellt, okay, auf dieses Feld mit der 2 gehört jetzt der Marker mit den Fellen. Und so setzt man eben diese 6 Marker hier rechts auf diese Ressourcenleiste. Dann legt man hier unten in die unterste Zeile des eigenen Heimatplans drei solche Doppelfelder. Und diese Doppelfelder, die beschreiben ein Moor. Es ist nämlich so, dass wir am Anfang des Spiels nur in diesem ganz schmalen Streifen hier agieren können. Denn unser Grundstück wird nach hinten begrenzt von einem Moor und auf der anderen Seite begrenzt durch diese Deichlinie. Denn hinter dem Deich beginnt quasi das Meer oder kommt eben bei der Flut ab und zu mal heran. Und deswegen darf man eben am Anfang des Spiels nur diese 6 Felder bearbeiten, die eben hier zwischen der Deichlinie und dem Moor liegen. Also diese drei Moorplättchen, die bilden hier den Abschluss unseres Heimatplans. Und auf der anderen Seite gibt es hier eben auch 5 solche Deichmarker. Auch die haben hier eine vorgefertigte Markierung, dass man weiß, dass man die hier hinlegen muss. Und wie gesagt, auf der einen Seite begrenzt unser Heimatplan der Deich und auf der anderen Seite begrenzt unseren Heimatplan das Moor. Diese Moorplättchen, die zeige ich euch direkt gleich mal von nahem. Diese Moorplättchen sind wie gesagt doppelte Plättchen. Und was ganz wichtig ist, immer in diesen Sternen hier, in diesen goldenen Sternen, werden die Siegpunkte, die man am Ende für das jeweilige Element bekommt, dargestellt. Und ihr seht schon, hier gibt es vier Minuspunkte, wenn man dieses Moorplättchen hier noch auf seinem Grundstück quasi liegen hat. Also, damit ist dann auch klar, dass diese drei Moorplättchen, die ich hier auf meinem Heimatplan liegen habe, irgendwann im Laufe des Spiels verschwinden müssen. Wie man das macht und wie man das anstellen kann, das erkläre ich euch später. Genauso kann man natürlich auch die Deichlinie, die ja momentan hier noch relativ weit unten liegt, immer weiter nach vorne schieben, sodass ich durch das Verschieben des Deichs natürlich auch immer mehr Platz gewinne, um dann hier später auch bestimmte Strukturen bauen zu können. Dann gibt es auf dem Heimatplan ja noch verschiedene Plättchen, die von Anfang an ausliegen. Also, ihr seht schon, hier haben wir ein Feld ausgelegt und zwar ein Feld mit der Getreideseite nach oben. Dann gibt es noch ein Feld mit Flax. Das ist auch schon eine Standardausstattung. Dann gibt es hier schon ein trockengelegtes Moor. Also, das ist quasi die Rückseite dieser Moorplättchen. Und wenn man ein Moor trocken legt, dann werden auf diese Moorkarten gleich Torfwürfel gelegt. Also, ganz klassisch, wenn man ein Moor trocken legt, dann bekommt man eben Torf. Torf ist ein sehr gutes Mittel, was man verbrennen kann, also mit dem man quasi einheizen kann. Und deswegen legt man hier so ein trockengelegtes Moorplättchen aus und auf dieses Plättchen kommen dann sofort vier Torfmarker. Und das Letzte, was man dann auslegt in seinen Heimatplan, ist ein Stall. Den Stall bekommt man quasi auch gleich zu Anfang gestellt. Und wenn wir uns diese Stallplättchen mal von nahe anschauen, dann seht ihr hier schon, okay, hier oben gibt es zwei Siegpunkte für diesen Stall und ich darf in diesen Stall drei Tiere derselben Art hineinstellen. So, und dann lege ich dieses Plättchen hier auch wieder hin. Und das Letzte, was ich dann bekomme von meinem Plan, das ist das hier. Und zwar ist das ein Pferd. Also, zu meiner Standardausstattung meines Heimatplans gehört dann auch schon ein erstes Tier und das ist ein Pferd. Und dieses Pferd stellt man dann natürlich gleich hier in seinen Stall. Und dann hat man auch den Heimatplan fertig vorbereitet. Und dann gibt es noch einen Plan, den man auslegt. Das ist der hier und das ist der Plan für die Reiseziele und für die Scheune. Die Scheune dient später dazu, um die diversen Gefährte und Karren und Werkzeuge, die wir haben, einzulagern. Die gibt es eben in einer kleineren Variante. Da passen eben vier Gerätschaften rein und einen größeren Teil, da passen insgesamt drei Gerätschaften herein. Auch hier sieht man schon, auch dieser Bereich ist mit einem negativen Siegpunkt behaftet. Also, wenn man irgendwann am Ende des Spiels tatsächlich noch gar kein Gerät und gar kein Karren und nichts hier in seiner Scheune stehen hat, auch dann bekommt man Minuspunkte. Das heißt, man sollte auch schauen, dass man so bald wie möglich seine Scheune eben mit Gerätschaften füllen kann. Und das Letzte, was man da noch macht, ist, dass man hier oben die verschiedenen Reiseziele auslegt. Das ganze Spiel spielt ja in Arle. Das ist ja eine Stadt in Ostfriesland. Und hier sind eben noch verschiedene Nachbarstädte eingezeichnet, die man dann später bereisen kann, um seine Waren zu verkaufen. Da gibt es eben Bremen, Leer, Emden, Aurich, Esens, Norden, Hage, Bemor und Dornum. Und das sind eben insgesamt noch ein paar Nachbarstädte beziehungsweise Dörfer, die dann später im Spiel auch eine Rolle spielen. Auch diese Marker nimmt man sich aus dem Vorrat und legt die hier auf das entsprechend markierte Feld. Und damit hat man dann auch den Reiseziele- und Scheunenplan fertig aufgebaut. Und dann gibt es an sich nur noch wenige Dinge zu tun, bevor das Spiel auch beginnen kann. Einen persönlichen Vorrat brauchen wir natürlich auch noch, bevor wir mit dem Spiel beginnen. Und der persönliche Vorrat, das ist das, was ich euch hier direkt vor mir aufgebaut habe. Jeder von beiden Spielern erhält am Anfang des Spiels vier Einheiten Lehm, vier Einheiten Holz und drei Einheiten Torf. Das sind eben die ersten Ressourcen, die jeder von beiden Spielern am Anfang des Spiels bekommt, damit man eben auch am Anfang des Spiels schon mal ein paar Aktionen machen kann. Denn die meisten Aktionen, die man macht im Spiel, die müssen eben mit bestimmten Ressourcen bezahlt werden. Und dafür gibt es eben die Startausstattung mit Ressourcen, damit es dann auch gleich losgehen kann. Dann gibt es in diesem Spiel auch noch ein Übersichtsblatt. Dieses Übersichtsblatt zeige ich euch hier direkt mal in der großen Kamera, weil das ist eben ein beidseitig bedrucktes DIN A4-Blatt. Da gibt es dann eine kurze Übersicht über die Dinge, die man im Spiel machen kann, wo man eben mal nachschauen kann, wenn man was gerade nicht weiß. Die bekommt auch noch jeder Spieler, die legt man am Rand des Spielplans ab. Dann gibt es noch das sogenannte Leuchtturmblättchen. Das kann ich euch hier mal in Nahe zeigen. Dieses superschöne Leuchtturmblättchen ist ja auch schon sehr stilvoll für ein Spiel aus Friesland. Das bekommt eben immer der Startspieler. Und jeder, der dieses Leuchtturmblättchen hat, das ist eben auch dann derjenige, der beim Verteilen der Arbeiter auf dem eigentlichen Spielplan dann oben aufliegen darf. Also der Leuchtturm ist das Startspielerplättchen. Dann bildet man noch einen allgemeinen Vorrat. Es gibt ja hier noch jede Menge Mieples und jede Menge Kärtchen, die man zum Spielen braucht. Achtung, diese Holzschächtelchen, die hier stehen, die gehören natürlich nicht zum Spiel, sondern das ist eben ein Organizer, den ich mir zusätzlich gekauft habe, um Herr zu werden über dieses super, super viele Material, was hier im Spiel vorhanden ist. Aber braucht ihr natürlich eigentlich nicht. Das ist nur, wenn man eben ein bisschen Ordnung halten möchte. Aber ansonsten habt ihr neben dem Spielplan ja hoffentlich noch genug Platz, um eben Ablagestapel zu machen für die ganzen zusätzlichen Ressourcen, die im Spiel benötigt werden. So, und dann sind wir wirklich fast fertig. Das Einzige, was man jetzt noch benötigt zum Spiel, ist ein Wertungsblock. Der kommt dann am Schluss des Spiels erst zum Tragen. Das ist eben so eine Zählhilfe, die einem dann am Schluss hilft, möglichst seine Punkte korrekt zusammenzusortieren. Also auch diesen Zählblock bereitet man vor und legt den irgendwo an der Seite ab. Und dann, tada, haben wir es auch schon geschafft. Dann ist der Spielaufbau für A la Erde erstmal erledigt. Und wir können mit dem eigentlichen Spiel beginnen. Ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, der Spielablauf von A la Erde funktioniert in Halbjahren. Immer in einem Sommer- und in einem Winterhalbjahr. Und außenrum quasi die Klammer um diese Halbjahre ist die geruhsame Zeit. Das ist quasi der erste Schritt in einer Runde. Und dann kommt die Arbeitszeit. Die geruhsame Zeit, die ist auch tatsächlich wirklich sehr geruhsam. Denn das Einzige, was man macht in der geruhsamen Zeit, ist, dass man eben den Startspielermarker nimmt und weitergibt an den anderen Spieler. Und entsprechend des Startspielermarkers dann seine Arbeiter hier übereinander auf diesem Spielplan aufstellt. Das ist das Einzige, was passiert in der geruhsamen Zeit, dass man eben das nächste Halbjahr, die nächste Phase des Spiels vorbereitet. Die nächste Phase des Spiels, und das ist der eigentliche Kern des Spiels, das ist dann die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit funktioniert folgendermaßen, da nimmt dann jeder Spieler einen seiner Arbeiter und platziert den auf ein freies Feld im jeweils aktiven Halbjahr. Also, das Spiel beginnt mit einem Sommerhalbjahr. Deswegen, wenn ich jetzt das Spiel beginnen würde, würde ich einen meiner Arbeiter nehmen und würde den auf eines dieser freien Rundenfelder hier auf der linken Seite des Plans legen. Denn wir spielen ja momentan ein Sommerhalbjahr, sobald ich meinen Arbeiter platziert habe, was ich natürlich nur auf ein freies Feld tun darf. Das heißt, wenn schon ein Arbeiter auf einem Feld steht, darf ich mich da nicht dazustellen, sondern dann ist das Feld quasi tabu. Und wenn das passiert ist, dann kommt quasi mein Gegenspieler dran. Dann wird ja auch dieser Miepel, der hier unten drunter liegt, sein Spielstein frei. Und dann darf mein Mitspieler seinen Arbeiter auch auf die Sommerseite des Plans platzieren und die entsprechende Aktion ausführen, die eben auf diesem Aktionsfeld erwähnt wird. Wichtig gleich vorweg, ich habe es ja schon gesagt, man darf in einem Halbjahr, in dem man gerade unterwegs ist, natürlich auch nur die Aktionen dieses jeweiligen Halbjahres verwenden. Außer ein Spieler darf einen seiner Arbeiter auf eine Aktion des anderen Halbjahres stellen. Also hier stehen ja insgesamt acht Arbeiter und nur einer von diesen acht Arbeitern darf auf die andere Seite gestellt werden und die Aktion von dort darf erledigt werden. Aber das ist natürlich nicht umsonst, denn der Spieler, der das tut, der wird in der nächsten Runde nicht der Startspieler. Also der verliert quasi seinen Startspielertoken. Das heißt, derjenige, der das macht, gibt das Startspielertoken ab und der andere Spieler wird in der nächsten Runde der Startspieler. Das ist aber auch das einzige Manko, was es eben hat, wenn ich eben eine Aktion des anderen Halbjahres verwende. So, und bevor ich euch jetzt erkläre, was diese einzelnen Aktionen machen, erkläre ich euch erstmal, was wir denn hier überhaupt auf dem Tisch liegen haben und was man denn mit diesen einzelnen Elementen machen kann. Fangen wir mal mit dem Heimatplan an, denn das ist ja der eigentliche Plan, auf dem das Spiel stattfindet. Was kann man denn hier alles tun? Also ihr seht ja schon, hier auf dem Plan haben wir ja so verschiedene leere Felder. Und diese leeren Felder dürfen im Laufe des Spiels alle mit unterschiedlichen Gebäuden oder mit Feldern oder mit was auch immer bebaut werden. Allerdings, und das habe ich euch ja vorhin schon gesagt, nur im Rahmen meiner Grenzen. Und die Grenzen werden definiert einmal durch diese Deichlinie und einmal durch dieses Moor. Ich habe euch ja vorhin auch schon gesagt, wir müssen natürlich schauen, dass wir im Laufe dieses Spiels diese Moorplättchen hier loswerden. Und wie macht man das? Diese Moorplättchen, ich zeige euch die nochmal genauer, denn die haben eine Besonderheit. Hier oben stehen einmal die Siegpunkte, habe ich euch schon gesagt. Und hier unten, so ein bisschen schattiert, ist so ein Symbol, dass man dieses Plättchen drehen kann. Und dieses Symbol gibt es auf verschiedenen Karten, gibt es zum Beispiel auch hier auf der Stallung und auf den Stellen. Und das sagt mir quasi, dass auf der Rückseite dieser Karte noch etwas anderes zu finden ist. So, und immer wenn ich eine Aktion mache, es gibt nämlich auf dem Spielplan eine Aktion, mit dem ich so eine Karte drehen darf, dann kann ich diese Moorkarte umdrehen und auf der Rückseite befindet sich dann ein ausgetrocknetes, ein trockengelegtes Moor. Das bedeutet, ich drehe als erstes mal diese Moorkarte um, wenn ich die entsprechende Aktion dazu mache. Und dann seht ihr schon, dann sind hier so quadratische Markierungen. Sobald ich nämlich diese Karte umgedreht habe, muss ich sofort aus dem allgemeinen Vorrat vier Torfwürfel auf diese Karte legen. Heißt, ich nehme mir jetzt vier dieser Torfwürfel und lege die hier auf diese Moorkarte. Dann habe ich ein trockengelegtes Moor. Das ist quasi schon der erste Schritt, um diese Moorplättchen loszuwerden. Und ihr seht schon, diese Karte ist auch bloß noch minus einen Siegpunkt wert. Also Moor minus vier, trockengelegtes Moor minus eins. So, und wie bekomme ich jetzt diese Karte ganz weg? Dafür muss ich dann diesen Torf stechen. Es gibt hier auch eine Aktion jeweils, mit der man Torf stechen kann, mit einem Torfstechsparten. Und sobald es mir dann gelungen ist, diese vier Torfeinheiten in meinen privaten Vorrat zu bringen, eben durch die Fähigkeit des Torfstechens, dann wird diese Karte entfernt und übrig bleiben zwei neue Gebiete, in denen ich wieder bauen kann. Also, das ist die Art und Weise, wie ich im späteren Verlauf des Spiels mich dieser Moorkarten erledigen kann. Und ihr seht ja, das sind drei Doppelfelder, sprich, da warten insgesamt noch sechs Felder auf mich, die ich dann später bebauen kann. Auf der anderen Seite habe ich ja diese Deiche. Und es gibt im Spiel auch eine Aktion, mit der ich einen oder mehrere dieser Deichplättchen hier immer von ganz hinten nach vorne schieben kann. Also, ich habe ja hier in der vorderen Reihe zwei Deiche, das heißt, hier fehlt quasi einer. Das heißt, deswegen kann ich diese Reihe hier auch noch nicht verwenden. Wenn ich aber dann später eine Aktion mache, mit der ich diese Deichlinie verschiebe, dann kann ich zum Beispiel einen dieser Deiche hier vorschieben. Dann ist hier eine durchgehende Deichlinie entstanden. Und dann ist diese neue Linie hier quasi ein neues Gebiet, auf dem ich neue Gebäude bauen kann. Und so kann ich eben nach und nach meine Deichlinie immer weiter nach vorne schieben. Denn ihr seht es auch hier oben, auch hier oben auf dem Plan stehen noch Minuspunkte. Und die kann ich nur vermeiden, wenn ich es eben schaffe, meinen Deich bis hier ganz nach oben zu schieben. Denn immer, wenn ich Minuspunkte mit irgendeinem Plättchen verdecke, dann fließen sie nicht mehr in die Endwertung ein. Deswegen müsste es natürlich mein Ziel sein, im Verlaufe dieses Spiels, im Laufe dieser neuneinhalb Jahre, möglichst weit diese Deichgrenze immer weiter nach vorne zu schieben. Jetzt packe ich aber den Deich mal wieder zurück, damit wir dann auch mal sehen, wie das Spiel vom Start weg weiter funktioniert. Dann ist ja eine ganz spannende Komponente dieses Spiels die Tierhaltung. Ihr seht es ja hier schon im Vorrat. Es gibt insgesamt drei verschiedene Arten von Tieren. Es gibt hier Kühe, das sind so Holzmiepel, die sogar mit einem Aufkleber beklebt sind, damit sie auch nur so klassisches Fleckvieh werden, was ich mal sehr goldig finde. Also Kühe ist die eine Art von Tier. Dann gibt es als zusätzliches Tier noch das Pferd. Also Pferde gibt es hier auch, das sind diese schwarzen Pferdchen. Und dann gibt es noch, und das ist ganz besonders goldig, das ist quasi ein Schaf. Also es gibt insgesamt im Spiel drei verschiedene Sorten von Tieren, Kühe, Pferde und Schafe. Und die darf ich natürlich auch hier in meinem Heimatplan unterbringen. Wo darf ich aber wie viele Tiere unterbringen? Das ist tatsächlich ganz einfach. Ich darf auf jeden Deich ein Tier stellen. Ich darf auf jedes ungebaute Gebiet, auf das ich natürlich Zugriff habe, also das sind ja momentan nur diese beiden, zwei Tiere stellen. Ich darf in jeden Stall drei Tiere stellen. Und das sieht man schon, wenn man sich dieses Plättchen hier anschaut, denn hier sind ja genau drei Tiere abgebildet. In jede Stallung, das habe ich euch vorhin schon gezeigt, darf ich insgesamt sechs Tiere der gleichen Art stellen. Und auf der Rückseite ist der Doppelstall, da darf ich dann dreimal zwei Tiere der gleichen Art einstellen. Also soweit zum Thema Tierhaltung. Auf bereits bebaute Gebiete darf ich natürlich keine Tiere stellen. Dann gibt es auf meinem Heimatplan hier noch so eine Seitenleiste. Hier sind auch solche Sterne abgebildet. Das sind also ja offensichtlich Siegpunkte. Und auf diese Leiste komme ich aber später nochmal zu sprechen, denn auf dieser Leiste hier wird meine Reisestrecke später angezeichnet. Was hier aber abgelegt wird und wie ich an diese Tokens komme, die hier abgelegt werden, das erkläre ich euch später, wenn ich euch dann generell erkläre, wie das mit den Reisezielen funktioniert. Und damit wird es allerhöchste Zeit, dass wir uns um den großen Spielplan kümmern. Hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu tun. Ich habe euch ja schon erklärt, linke Seite sind die Sommeraktionen, rechte Seite sind die Winteraktionen. Das ist schon mal das Wichtigste. Wichtig noch vorab, es gibt auf vielen dieser Karten solche weiß hinterlegten Felder mit so einem Friesenmuster oben und unten. Und alles, was mit diesen Mustern versehen ist, das sind Kosten. Also das sind Dinge, die ich bezahlen muss, um sie eben durchzuführen. Und das erkläre ich euch deswegen, denn die erste Aktion, die ich euch jetzt mal zeigen möchte, mit die wichtigste Aktion, die es hier überhaupt gibt auf diesem Plan, ist der Meister. Der Meister, das ist eine Aktion, die ich sowohl im Sommer als auch im Winter durchführen kann. Und wenn ich mich hier hinstelle, dann darf ich meine, oder eine gewisse Anzahl meiner Marker hier auf der jeweiligen Werkbank weiter nach rechts bewegen. Bedeutet, ich bekomme zum Beispiel mehr Äxte. Oder ich bekomme mehr Öfen. Oder ich bekomme mehr Stechspaten, um eben später Torf abzubauen. Also mit dieser Meisteraktion kann ich meine Werkzeugleiste, die ja hier in der Mitte ist, upgraden. Das Thema ist, ich kann, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf diesen Meister gehe, dürfte ich zwei verschiedene Werkbänke, die hier in der Mitte sind, jeweils um eins aktualisieren. Das heißt, ich dürfte jetzt zum Beispiel hier meinen Marker nehmen und dürfte mir eine zusätzliche Axt organisieren. Oder ich dürfte mir hier einen zusätzlichen Ofen organisieren. Wichtig ist nur, auch diese Upgrades muss ich natürlich bezahlen. Der Preis dafür steht immer hier vorne ab. Also sprich, wenn ich eine zusätzliche Axt haben möchte, dann muss ich als allererstes natürlich, mache ich das mit dieser Meisteraktion, dann darf ich hier eins weiterziehen, aber ich muss dafür ein Holz bezahlen. Heißt so viel wie, wenn ich das hier um eins weiterziehe, nehme ich dann eins meiner Hölzer und packe das eben in den allgemeinen Vorrat zurück. Und das Gleiche wäre jetzt, wenn ich eben hier auch den Ofen upgraden möchte. Dafür brauche ich aber eine ganz besondere Ressource, nämlich eine abgegradete Ressource. Und zu denen sage ich euch aber später noch mal was. Wichtig ist nur, überall, wo in diesem Spiel eben diese weißen Felder mit dem Friesenmuster oben und unten und einer Ressource in der Mitte stehen, das sind Kosten, die man bezahlen muss. Wenn ich jetzt aber nicht den Meister nehmen würde, sondern zum Beispiel eine andere Aktion, kann ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Ich werde jetzt nicht jede Aktion erklären, denn das ist ziemlich aufwendig. Aber hier haben wir zum Beispiel den Holzfäller. Und hier seht ihr schon, wofür dann letztendlich diese Werkzeuge, die hier in der Mitte stehen, tatsächlich gebraucht werden. Denn wenn ich hier auf den Holzfäller gehe, dann bekomme ich pro Axt, die ich hier in meinem Werkzeugfundus habe, ein Holz. Bedeutet, in der Grundeinstellung würde ich jetzt, wenn ich meinen Arbeiter hier hinstelle, drei Ressourcen Holz bekommen. Hätte ich aber meine Äxte schon abgegradet, meinetwegen bis auf sechs, dann würde ich eben sechs Holz bekommen. Das heißt, ich kann durch diese Meisteraktion dafür sorgen, dass ich eben in zukünftigen Schritten mehr Ertrag bekomme. Und nicht nur das. Ihr seht ja auch schon, dass es hier, wenn man diese einzelnen Werkzeuge upgradet, ja auch Siegpunkte gibt. Also wenn ich nicht nur einen Ofen habe, sondern vier, dann geben mir diese vier Öfen am Ende sogar schon sieben Siegpunkte. Also diese Meisteraktion ist somit das Wichtigste, was man überhaupt im Spiel machen kann. Und ansonsten gilt eben, ich stelle meinen Arbeiter dahin, mache das, was hier erklärt ist. Netterweise ist ja jede Aktion auch mit Klartext erklärt. Und dann ist mein Mitspieler dran, der ebenfalls dann den Marker, der hier unten unter frei geworden ist, auf irgendeine der Aktionen stellt und diese Aktionen eben durchführt. Jetzt kann es ja tatsächlich sein, dass ich hier irgendwo zum Beispiel diesen Meister, der ja eine ganz wichtige Geschichte ist, dass ich mich auf den setze und ihn damit blockiere und meinen Mitspieler, aber den Meister auch gerne machen würde. Dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er geht in den Winter und macht dort den Meister. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass noch niemand anders, also ich oder er, vorher schon eine andere Winteraktion gemacht hat. Denn wir erinnern uns, Winteraktionen darf man immer nur einmal pro Runde durchführen. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit. Und zwar gibt es ein Feld, das nennt sich Nachahmung. Das ist das hier. Wenn ich mich hier hinsetze, dann muss ich grundsätzlich mal zwei Nahrungen bezahlen. Dann kann ich mir entweder ein Fuhrwerk bauen. Das ist dann eins dieser Fuhrwerke, die hier auf unserem Plan ausliegen. Oder ich darf eine Nachahmung machen. Und Nachahmung bedeutet, ich kann dann quasi, also mein Mitspieler könnte jetzt zum Beispiel seine Figur hier hinstellen, würde zwei Nahrungen bezahlen, also seine Nahrungsmarker entsprechend nach unten ziehen. Und dann dürfte er auch die Meisteraktion durchführen. Also auch eine ganz wichtige Aktion, die Aktion Nachahmung. Denn mit der darf man eben ein Feld duplizieren, auf dem schon ein Arbeiter geparkt ist. Ansonsten werde ich euch jetzt tatsächlich nicht alle einzelnen Aktionen erklären. Denn netterweise hat es der Uwe Rosenberg ja so toll gemacht, dass jede einzelne Aktion hier direkt auch auf dem Spielplan erklärt ist. Es gibt Kosten, es gibt Dinge, die man bekommt. Manche Dinge, die man bekommt, sind eben abhängig von dem, was hier in der Mitte mit den Werkzeugen passiert. Aber im Großen und Ganzen ist alles gut erklärt. Das Einzige, was ich euch noch vielleicht erklären kann, ist eben hier dieser Vogt und der Deichvogt. Denn die Aktion, die man hier machen kann, das ist eben genau dieser Pfeil. Und manche Bauwerke und manche Dinge, die man eben auf seinen Spielplan leben kann, die haben eben hier unten so einen kleinen Wendepfeil. Den habe ich euch vorhin auch schon gezeigt. Das ist jetzt zum Beispiel der Wald. Und wenn man jetzt den Wald wendet, dann gibt es auf der Rückseite einen Park. Im Park, der gibt natürlich sechs Siegpunkte, das ist ja schon mal ziemlich fett. Und im Park darf man auch Tiere unterstellen. Also das ist die Aktion, wenn man eben eins dieser Elemente einfach mal drehen darf. Jetzt lege ich den Wald hier auch mal wieder zurück. So, dann ist das Einzige, was ich euch jetzt wirklich noch erklären muss, diese Geschichte hier mit den Reisezielen und mit der Scheune. Es ist so, dass es hier Aktionen gibt, wo man ein Fuhrwerk oder einen Torfkahn oder was auch immer kaufen kann. Also hier zum Beispiel bei diesem Lohnarbeiter, da dürfte man sich ein Fuhrwerk kaufen. Und diese Fuhrwerke, die gibt es in verschiedenen Größen. Ich zeige euch hier mal somit das Kleinste. Das ist ein ganz kleines Fuhrwerk. Das kostet, wenn man das bauen möchte, zwei Holz. Und dieses Fuhrwerk hat tatsächlich nur ein einziges Feld. Und dieses Fuhrwerk, wenn ich mir das gekauft habe, würde ich dann hier auf die linke Seite meiner Scheune legen. Es gibt auch noch größere Fuhrwerke. Also hier haben wir zum Beispiel mal somit das größte Fuhrwerk. Auf der einen Seite ist das ein Fuhrwerk, das hat hier drei Felder. Das kann ich aber auch noch umdrehen. Und auf der Rückseite ist dann wirklich ein riesiges Fuhrwerk, was sogar vier Felder hat. Das ist dann auch schon relativ teuer. Dafür brauche ich dann Siebenholz und muss sogar ein Pferd dafür opfern. Und dieses Fuhrwerk käme dann hier auf die rechte Seite meiner Scheune. Und so kann ich mir eben auch so bestimmte Fuhrwerke zulegen. Es gibt auch zum Beispiel einen Torfkahn, mit dem ich dann später Torf schippern kann. Und dann kann ich so peu a peu meine Scheune hier bestücken mit verschiedenen Fuhrwerken. Wichtig ist, hier unten dieses letzte Feld bei den großen Fuhrwerken. Hier ist auch nochmal ein kleiner Rahmen eingezeichnet, denn ich kann dieses unterste Feld hier auch für ein kleineres Werkzeug noch verwenden, wenn ich das möchte. Dann ist aber dieses Feld natürlich für ein großes Fuhrwerk blockiert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann ich denn mit diesen Fuhrwerken tun? Ich darf jederzeit während meines Zuges, ohne eine Aktion dafür zu verwenden, mein Fuhrwerk beladen. Und dieses Beladen des Fuhrwerks bedeutet immer, dass ich Rohstoffe upgraden kann. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Das hier ist ein Holzmarker. Und auf diesem Holzmarker, das ist eine ganz normale Ressource, da ist schon so ein Pfeil drauf. Und der Pfeil bedeutet, diese Ressource kann man upgraden. Und das funktioniert folgendermaßen. Um eine Ressource abzugraden, lege ich die einfach in ein freies Feld von einem meiner Karren. Also am einfachsten natürlich in so ein Einzelfeld hier von meiner Schubkarre. Und was dann passiert ist, ist, dass dieser Marker einfach umgedreht wird. Denn auf der Rückseite ist aus dem Holz nämlich ein Brett geworden, also ein bearbeitetes Holz. Und dieses Brett ist sogar schon einen halben Siegpunkt wert. Und ich mache folgendes, wenn ich jetzt dieses Holz hier upgraden möchte, lege ich dieses Holz auf einen meiner Karren und zwar schon umgedreht, sodass ich dann später weiß, hier ist ein abgegradeter Rohstoff drauf. Und dann kann ich am Ende der Runde, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen, dieses Holz einfach wieder in meinen Vorrat nehmen. Also sprich, diese Karren dienen erstmal dazu, dass ich meine Rohstoffe upgraden kann. Das funktioniert mit Holz, das funktioniert aber auch mit dem Lehm, den ich habe. Beim Lehm funktioniert es noch ein bisschen anders, denn aus dem Lehm kann ich einen Ziegel machen. Das Problem ist aber, wenn ich aus Lehm einen Ziegel machen möchte, muss ich den ja brennen. Heißt, ich brauche Feuermaterial, also Material, was brennbar ist. Und das ist hier oben auch abgebildet. Das bedeutet, wenn ich aus einem Lehm einen Ziegel machen möchte, muss ich dafür einen Torfwürfel ausgeben. Also, angenommen, ich würde jetzt gerne aus diesem Lehm einen Ziegel machen, dann würde ich den wieder hier auf meinen Wagen legen, würde den schon umdrehen, müsste aber dafür aus meinem Vorrat einen Torfwürfel in die allgemeine Ablage zurückliegen. Und jetzt seht ihr schon, was auch der Vorteil ist gegenüber diesen größeren Wägen, denn ich kann natürlich in die größeren Wägen nicht nur eine Einheit von meinem Material reinlegen, sondern in den großen Wagen halt tatsächlich auch bis zu vier Einheiten. Bedeutet, mit diesem großen Wagen kann ich innerhalb von einer Runde, wenn ich dran bin, vier Holz in Bretter umwandeln, vier Ziegel in Lehm umwandeln und auch eine bliebige Mischung aus allem. Also drei Holz und ein Lehm zum Beispiel. Ich muss einfach nur diesen, oder ich kann, wenn ich möchte, diesen Wagen voll machen und dann werden maximal vier dieser Einheiten bis zum Ende der Runde abgegradet. Das Schöne ist, das ist ja nicht das Einzige, was abgegradet werden kann, denn ich zeige euch das mal am Beispiel von einem Leder. Ich kann natürlich aus meinen Tierhäuten auch Leder fertigen lassen und auch dieses Leder darf ich dann auf meinen Wagen legen und wenn ich dieses Leder upgrade, dann wird aus diesem Leder nämlich Lederkleidung, die hier auf der Rückseite abgebildet ist. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, ihr seht ja, dieser Wagen ist hier so in verschiedene Segmente geteilt. Ich darf diese Segmente immer zusammenfassen, also ich darf in zwei einzelne Segmente ein Zweier-Element legen, aber ich darf in ein Zweier-Element keine Einzelsegmente legen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Hier haben wir zum Beispiel diese Kutsche und diese Kutsche hat eben ein Zweierfeld und ein Einserfeld. Ich darf hier hinten einen Rohstoff reinlegen, also zum Beispiel ein Holz oder einen Lehm. Hier vorne darf ich aber nicht zwei Lehm reinlegen, hier dürfte ich nur eine Karte reinlegen, die eben zwei Einheiten groß ist. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen, weil man kann eben nicht mit jedem Karren alles auch transportieren. So, bei der Gelegenheit kann ich euch natürlich gleich mal erklären, wie der Upgrade funktioniert. Also, ich habe euch ja gesagt, es gibt ja Felder, die haben hier Flax angebaut. Aus Flax kann ich Leinenstoff generieren lassen und diesen Leinenstoff kann ich dann weiterverarbeiten zur Sommerkleidung. Was ich euch auch schon gezeigt habe, ist, ich kann ja aus Tierhäuten Leder machen lassen in der Gerberei und ich kann aus diesem Leder dann natürlich Lederkleidung herstellen lassen. Und ich kann natürlich aus Wolle Wollstoff produzieren lassen und aus dem Wollstoff dann letztendlich Winterkleidung machen lassen. Und das funktioniert eben genauso, wie man seine normalen Ressourcen upgraden kann. Man legt einfach den Rohstoff auf den jeweiligen Karren und am Ende der Runde hat man dann einen abgegradeten Rohstoff zur Verfügung. Und damit sind wir dann jetzt auch bei den Reisezielen. Ich zeige euch mal hier so ein Reiseziel. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Emden. Emden ist ein Reiseziel. Und wie ihr ja hier schon sehen könnt, kann ich Reiseziel beliebige Dinge verkaufen, also diverse Dinge verkaufen. Und zwar tauscht mir das Reiseziel immer Ressourcen, die ich habe, in Nahrungseinheiten um. Also hier könnte ich zum Beispiel einen Torfwürfel in drei Nahrungen umtauschen. Oder eine Sommerkleidung in sechs Nahrung, eine Lederkleidung in sieben Nahrung und eine Winterkleidung ebenfalls in sieben Nahrung. Was muss ich dafür tun? Das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich eben diesen Reisemarker auf ein passendes freies Feld meines Karrens lege und ich muss mindestens eine der Transaktionen, die hier abgebildet sind, auch tatsächlich durchführen können. Also wenn ich keine der Ressourcen habe, die abgebildet sind, kann ich auch oder muss ich auch mit dem Karren nicht nach Emden fahren. Aber ich darf tatsächlich alle vier Transaktionen durchführen, aber eben jeweils nur einmal. Das bedeutet nicht, dass ich hier drei Winterklamotten gegen 21 Nahrung eintauschen kann, sondern eben eine Winterklamotte gegen sieben Nahrung. Und das ist immer am Ende der Runde, das heißt, ich nehme dann einmal eins dieser Reiseziele, lege das hier auf meinen Karren und am Ende der Runde wird das dann ausgewertet. So und damit sind wir auch mit den Reisezielen durch. Wie die dann ausgewertet werden, sage ich euch gleich im Anschluss. Was darf man jetzt noch jederzeit während seiner Arbeitszeit machen? Man darf jederzeit seine Fuhrwerke beladen, das darf man immer machen, wenn man an der Reihe ist. Dann, wenn man einen Torfkahn hat, darf man jederzeit Torf in Rohstoffe wechseln, das darf man auch jederzeit machen. Man darf jederzeit seine Tiere auf seinem Heimatplan umsetzen, das ist auch was, was keine Aktion braucht. Und es gibt dann später auch noch mal so Gebäudetypen, die haben so Uhrensymbole abgebildet. Und diese Aktion von den Gebäuden mit den Uhren Symbolen, die darf man auch jederzeit durchführen und braucht dafür keine Aktion. Und wenn dann jeder Spieler seine vier Arbeiter platziert hat, dann ist quasi das Halbjahr zu Ende und man beginnt mit der Bestandsaufnahme. Die Bestandsaufnahme funktioniert folgendermaßen, es gibt eine November Bestandsaufnahme, die ist hier unten drunter angedeutet und es gibt eine Mai Bestandsaufnahme und in beiden Aktionen passieren verschiedene Dinge. Ich zeige euch das mal in Nahe, denn diese Bestandsaufnahme, die ist idealerweise hier auf diesem Blatt markiert. Also, wir schauen uns mal die Bestandsaufnahme der November Auswertung an. Das ist quasi die Auswertung, die passiert, wenn der Sommer vorbei ist. Also, als allererstes werden die Fuhrwerke geleert. Das ist das, was ich euch gerade gesagt habe. Also, sprich, alles, was ich jetzt hier in meinen Fuhrwerken liegen habe, kann ich jetzt in meinen persönlichen Vorrat bringen. Das ist das Erste, was passiert in der November Auswertung. Dann bekommen wir für Rinder und Schafe Nährwerte. Also, für zwei, fünf oder acht Schafe oder für eins, drei oder fünf Kühe bekommen wir entweder eins, zwei oder drei Nährstoffe. Je nachdem, wie viele Tiere oder wie viele Schafe oder wie viele Kühe ich eben habe. Dementsprechend bekomme ich Nahrung. Außerdem gibt jedes meiner Felder ein Getreide, jedes meiner Flaxfelder gibt eben einen Flax und jeder Wald bekommt oder generiert quasi ein Holz. Das Letzte, was man dann machen muss am Ende der November Auswertung ist, dass man seine Siedlung oder sein Gehöft noch ernähren muss. Dafür muss man drei Nahrungseinheiten abgeben und auch zwei Torf abgeben. Denn Nahrung und der Torf ist eben dazu da, um einzuheizen, weil man braucht natürlich im Winter auch Wärme. So, und wenn man eben keine Nahrung mehr hat, dann kann man dafür entweder noch Getreide ausgeben oder dann auch ein Tier opfern, ein beliebiges Tier. Und wenn man kein Torf mehr hat, dann muss man das eben mit Holz bezahlen. Und wenn man nichts von beiden hat, dann bekommt man tatsächlich einen Eintrag in seiner Wertungsliste, da wird einem dann später ein Engpass markiert und man bekommt am Ende bei der Abrechnung Minuspunkte. Das war quasi jetzt die Auswertung am Ende des Novembers, also am Ende des Sommers. Es gibt aber natürlich auch noch eine Auswertung am Ende des Winters, das ist die Mai-Auswertung und da wird es dann total goldig, denn auch hier werden wieder die Fuhrwerke gelehrt, aber dann ist es so, immer wenn man zwei Tiere der gleichen Gattung in Ställen oder in Stallungen stehen hat und da ist noch ein Platz, dann bekommen die Tiere nämlich im Winter Nachwuchs. Also in einen Stall gehen immer drei Tiere, wenn ich da nur zwei Kühe drinstehen habe, dann bekomme ich mit der Mai-Auswertung eine dritte Kuh dazu, weil ich eben ein Kälbchen bekomme in der Mai-Auswertung. Außerdem liefern Schafe Wolle, also für eins, vier oder sechs Schafe bekomme ich dann eins, zwei oder drei Wolle und ich brauche natürlich auch im Sommer wieder Nahrung für mein Gehöft, das sind wieder die drei Nahrungseinheiten und auch die kann ich wieder entweder durch Getreide oder durch Tiere ersetzen, wenn ich eben diese drei Nahrung nicht habe. Und das ist dann die jeweilige Auswertung und damit endet dann das jeweilige Halbjahr. So, was ich euch jetzt zum Schluss noch erklären muss, ist, was jetzt mit diesen Reisezielen passiert, die hier in unseren Transportkarren liegen. Also, ich habe ja jetzt hier zum Beispiel das Reiseziel Emden. Das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Ich habe ja mit Emden meine Transaktionen gemacht und habe ja hier Nahrungsmittel verdient. Da ist ja alles gut und schön. Am Ende der Runde, wenn ich jetzt meinen Kahn wieder entleere, wird dieses Plättchen umgedreht. Und dann erscheint hier ein Weg. Und dieses Weg Plättchen lege ich jetzt hier an der Seite auf diese Leiste, von der ich erkläre euch noch, was hier passiert, die legt man dann hier unten an und jedes Reiseziel, was man besucht, wird hier oben immer weiter angelegt, sodass dieser Weg hier immer länger wird. Und ihr seht schon, hier sind natürlich auch Siegpunkte abgebildet. Also je länger dieser Weg wird, desto mehr Siegpunkte kann ich natürlich auch zum Ende des Spiels gewinnen. Und dann geht das Spiel natürlich genauso weiter, wie man sich denken kann. Es kommt immer Sommer Halbjahr, Winter Halbjahr, Sommer Halbjahr, Winter Halbjahr. Und nachdem die neunte Saison vorbei ist, also das letzte Sommer Halbjahr vorbei ist, dann endet das Spiel und man wird gewertet. Man macht quasi einen Kassensturz. Das allererste, was man macht, jeder, der einen Torfkahn besitzt, der darf als erstes noch Torf in Rohstoffe umtauschen. Das ist das Erste, was man macht. Das Zweite, was man macht, ist, dass man die Anzahl der Tiere zählt, die man insgesamt auf seinem Heimplan stehen hat. Und da ist es so, man muss während des Spiels möglichst schauen, dass man von allen Tieren möglichst gleich viele hat, denn man guckt, von welcher Tierart hat man am meisten. Und die Tiere, von denen man am meisten hat, die geben gar keine Punkte. Die Tiere, von denen man am zweitmeisten hat, da bekommt man für jedes Tier einen Punkt. Und die Tiere, von denen man am wenigsten hat, da bekommt man dann pro Tier zwei Punkte. So, und damit man dann am Ende nicht den Überblick verliert, was man denn alles werten muss, gibt es ja diesen Wertungsplan, den ich euch am Anfang schon gezeigt habe. Man zählt jetzt, wie viele Punkte hat man von Kleidungsmarken und Baustoffen, da zählt man dann eben seine Ressourcen, wie viele Punkte geben die Gerätschaften in meiner Scheune, also zum Beispiel hier meine die zwei Punkte für den Karren, den ich habe. Dann, wie viele Punkte bekomme ich aufgrund meiner Reiseerfahrung, wie viele Punkte bekomme ich aufgrund der Handwerksgeräte, die ich hier in der Mitte des Plans aufgebaut habe. Wie viele Punkte bekomme ich auf meiner Warenleiste, denn auch auf meiner Warenleiste ist es ja so, dass die oberen Felder hier mit Siegpunkten versehen sind und auch entsprechend Siegpunkte geben. Dann gucke ich, wie viele Punkte habe ich auf meinem Heimatplan, also dann werden alle Punkte gezählt, die hier auf meinem Heimatplan dabei sind, dann werden die Tiere gezählt, wie man die Tiere zählt, habe ich euch schon gesagt und der letzte Punkt auf dem Wertungszettel, das sind dann die Engpässe, bei den Engpässen ist es so, jedes Mal wenn ich mein Dorf ernähren muss und habe keine Ressourcen dazu oder jedes Mal wenn ich im Winter Torf ausgeben muss, um mein Dorf oder mein Gehöft zu heizen und habe keinen Rohstoff dazu oder habe keinen Torf dazu dann muss ich mir pro Rohstoff den ich nicht habe hier minus zwei Punkte notieren und das ist dann eben das was hier unten bei den Engpässen eingetragen wird und letztendlich werden dann die Punkte aufsummiert und derjenige der die meisten Punkte in diesem Spiel hat das ist der Gewinner von A la Erde A la Erde ist wirklich ein ganz spezielles Spiel dass diese Thematik die Aufbaustrategie die dahinter steckt das ist natürlich ein klassischer Uwe Rosenberg was ich sehr cool finde ist dass Arle der Geburtsort von Uwe Rosenbergs Vater ist also er hat eine persönliche Beziehung zu diesem Ort und alleine dass er die Idee hatte und mal rund um diesen Ort im 18. Jahrhundert ein Spiel gestrickt hat finde ich richtig toll in dieser Schachtel liegt auch noch ein 30 seitiges Büchlein wo er auch erzählt wo auch Fakten erzählt werden rund um Aale und rund über diese Region im 18. Jahrhundert also man merkt diesem Spiel in jedem Buchstaben an wie viel Herzblut in dieses Spiel reingeflossen ist das finde ich richtig toll ich schicke aber auch voraus unser Kanal ist ja eigentlich mehr gemacht für Gelegenheitsspieler Gelegenheitsspieler die ab und zu ein bisschen Zeit haben um ein Spiel zu spielen und ich glaube für euch ist dieses Spiel schon ein bisschen over the top also die Regeln sind nicht einfach es ist ein wirklich komplexes Kennerspiel und deswegen bin ich mir auch nicht sicher dass wir unseren Gelegenheitsspielern dieses Spiel bedingungslos empfehlen können aber wenn ihr mehr als Gelegenheitsspieler seid und euch auch mal in ein komplexeres Strategiespiel einfuchsen wollt wenn euch das gefällt dass jemand ein Thema für ein Spiel so tief in der Historie verankert hat und wenn ihr generell Fans von Uwe Rosenberg seid dann können wir euch dieses Spiel unbedingt ans Herz legen dann bekommt ihr hier eins der besten zwei Personen Strategiespiele die es momentan für Geld zu kaufen gibt und damit vielen herzlichen Dank dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei war wenn ihr neu dabei seid herzlich willkommen vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken damit ihr aktiv informiert werdet wenn es von uns was Neues gibt und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer ein schönes Spiel